willkommen zurück bei assassin's creed unity weiter geht es hier in paris und ich würde sagen da ist so eine kokade wieder da auch hier könnten wir den aussichtspunkt direkt mal holen wir können es ja dann auch zwischen den aussichtspunkten hin und her teleportieren und wo geht es weiter mit der hauptquest hier gut da können wir uns auch mal erst mal den aussichtspunkt hier besorgen schnipps mich mal hier hoch schnaller aufzug 100 credo punkte das sind doch die die für den assassin ring brauchen kann ich eigentlich diesen datenbank eintrag freigeschaltet kann ich das irgendwie ausschalten den boten töten unentdeckt zu werden hat sich schon erledigt wollte ich auch gar nicht machen warte mal was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein artefakt was hat sie mit den artefakten auf sich schaue ich mir mal an artefakt klingt immer erst mal nett ich meine wie viele verschiedene dinge gibt es hier zum einsammeln 567 vielleicht sogar alle fälle eine ganze menge so ist hier ein fenster von der seite nicht dazu müssen kiste aber eine rote vielleicht kriege ich dir mit meinen schloss knacken skills auf sie x wenn die anzeige im sicheren bereich ist cool sehr gut 150 da ist das offene fenster da ist noch eine kiste irgendwo hier hier an der wand hängt es kann das sein fundstück eins von drei in diesem bezirk so warte zum aussichtspunkt da müssen wir da hier ist er schon wunderbar ich weiß jetzt gar nicht wie die schnellreise lädt also ob das eine wirklich gute schnellreise ist mit schnellen ladezeiten oder vielleicht zu lange braucht als wenn ich selber dann da hinlaufen würde da 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 Das war's für heute. Neue Fremden, Schnellreise, erstmal das und dann, achso, achso, schauen wir mal. Wieder hoch aufs Dach. Warte, ich komme. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Sequenz 3, Erinnerung 2, die Beichte. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg, weg! Wo zum Teufel ist Duchenneur? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du sehr greifst. Ihr kommt mit den Schlüsseln zurück, Diebe! Und wenn alle strenger reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache, dein Leben für seins? Bis zu Alter, ihr war das der levantinische Weg. Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassiner. Sie wir eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Gut, dann müssen wir irgendwie da reinkommen. Sieht wahrscheinlich erst mal relativ schlecht aus. Wir waren ja schon mal da oben drauf. Das war der erste Aussichtspunkt, den wir genommen haben. Der ist da drinnen. Ich weiß noch, da hinten war doch eine Tür, die ich nicht öffnen könnte, weil ich kein Schloss knacken hatte. Jetzt können wir das aber. Dann gehe ich da direkt nochmal hin. Vielleicht geht das. Na, nein, doch nicht so. Ah, okay. Nach oben. Genau die da drüben, meinte ich. Vielleicht klappt es ja. Glück gehabt. Ist auch bloß ein Stift. Also ein einfaches Schloss. So. Das ist ja klasse. Attentate aus einem Versteck. Kein Alarm auslösen. Wieso geht er nicht weiter? Äh, hallo? Hallo? Kannst du ruhig reingehen? Er läuft hier unten rum, oder was? Das war der Falsche. Ich wollte natürlich den Sigart hier erwischen. Scheiße, wie doof. Ist aber niemand. Oh Mann, ey. Dann halt so. Wie dumm. Der sollte natürlich auf den springen von dort oben. Den er eigentlich gerade getötet hat, habe ich gar nicht gesehen. Wartet hier. Es darf uns niemand stören. Sie werden... Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großguriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also? Was ist so wichtig, dass ihr meintet mich von meiner Tochter? Oh, ne süße Mieze hier vorne rechts. Ja, am besten. Wir hauen da oben wieder ab, oder? Komme ich hier hoch? Ja. Sieht auch gut aus. Hau ich direkt da wieder ab, wie ich reingekommen bin? Wenn das geht... Ist das eine Tür, die ich öffnen kann? Ja. Da läuft manchmal noch so einen Meter weiter, als ich eigentlich möchte. Gut, ging jetzt schnell, war aber echt beschissen. Immerhin. Na gut, eine Belohnung. Was ist denn das erste? Kein Alarm auslösen. Hat sogar geklappt. Attentat aus dem Versteck hätte auch geklappt. Na gut. Egal. Jo. Das ging ganz gut. Hörst du mit? Was zum Puffel ist das? Ich bin hier beschissen. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server sprichst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Boah, ist das ein Blödsinn. Also beim ersten Teil fand ich es eigentlich noch okay. Das war ganz gut implementiert. Aber dann wurde es irgendwann richtig nervig. Ich weiß nicht, wie noch so ein Schwachsinn mal irgendwann gekommen ist. Das ist der selbe Typ, der mitlevelnde Gegner bei Rollenspielen erfunden hat und eine Gummiband-KI beim Autorennen. Hat sich wahrscheinlich auch den Käse hier ausgedacht. Muss ich mich eigentlich beeilen? Da ist es. Los. Oh ja, muss ich. Spring. Serverwechsel. Alles klar. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Mhm. Hm. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Grafikfehler, wenn die Grafikkarte zu warm geworden ist. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird instabil. Ich sehe einen unterirdischen Weg. Ich sehe mich dann. Ich eritargestellt. Okay. Hm. Ah, okay. Ich hoffe so sehr, dass sie das bei Origins dann lassen, dass man sich wirklich nur komplett in der Welt bewegt, ohne, ohne Abstergo. Hm, war ja klar. Oh shit. Fuckin' oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Okay. Durch das Portal entkommen. Nichts, bisschen. Works, einen Immers�를 in die Um, 200,000 Euro in Amsterdam sind. Das ist nicht angekommen nach jedes Jahr. Anh pacht theiren im Inn. Oh yeah. Yes, das ist ein Schmerzen. Ich habe in dieser Hand. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Also das ist tatsächlich schon ganz gut gemacht, aber wie gesagt, irgendwie, es muss eigentlich nicht sein. Was für ein Schade. Geht zum Portal. Ich tue, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Riss freigeschaltet. Na toll, weiter. So. Hup, da sind wir wieder. Ah, wie schön. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zur Zeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoche-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Geld verdienen. Erkunden sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstungsstücke kosten mehr Geld. Mist. Müssen wir doch irgendwann machen. Na gut. Die Pariser Geschichten sind, glaube ich, oder sollen ganz nett sein. Gut. Alleine diese Iconflut hier schon. Stellt euch mal vor, wir hätten den Rest hier schon freigeschaltet. Per Turm. Wie viele Türme sind das denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Türme nur noch. Da geht es weiter zur Hauptmission. Ich weiß gar nicht, was ich davon habe, wenn ich so in den Untergrund mal gehe. Ob ich da immer zu den anderen Assassinen komme, oder? Weiß es nicht. Ich laufe mal dahin. Klappe. Eins von fünf Massenereignisse. Okay. Bekomme ich was, wenn ich fünf erledigt habe? Wahrscheinlich das? Irgendwo eine verschlossene Truhe? Ah. Klasse. Altes Nachverseille. Ach so, da kann ich dorthin wieder schnell reisen. Und das hier ist das Café. Lasst uns das mal machen. Ich glaube, so schalten wir das dann auch frei. Oder ist das sogar die Mission? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte Ausschau nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zur Zeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert... ...desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ah, kann ich in jedem Bezirk ein Café eröffnen? Das ist ja super. Die Einnahmen abholen. Da unten. Was ist das hier drüben? Meine Kontakte. Ich kenne niemanden. Das Café Theater erkunden. Auf das Einkommen zugreifen? Kann man da andenken? Trainingsraum. Arnus Zimmer. Vermächtniskammer. Vermächtniskammer. Und der Clubsaal. Vielleicht hat man bei Origins eine eigene... Anrüstkammer gibt es auch noch. Bei Origins eine eigene Pyramide, die man ausstatten kann. Wo geht's denn da hin? Oh. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnillon? Ich hab absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Moulet, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seiner Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich. Das könnte man wohl so sagen. Super. Siegel suchen. Gehen wir mal wieder hoch und holen wir die Kohle ab. Schon ein bisschen ein bisschen verwirrend und groß erst mal wieder. Hier dürfte das drin sein in dem Zimmer. Einkommen. Oh, 20 von 80 weitere Einkünfte in 20 Minuten. Ich glaube, die fühlen sich auch, wenn ich offline bin. Wahnsinn. Renovieren. Erdgeschoss renovieren. 100, 250. Okay, das geht dann von oben nach unten weiter. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Okay. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Das könnten wir uns auch noch leisten. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Gut, mehr Geld haben wir dann nicht mehr. Für mehr reicht es nicht. Ein neuer Raum ist verfügbar. Fassade. Kann ich die nochmal? Obere Stockwerke 5.000 und 15.000 für den letzten Schliff. Eigene Gesellschaftsclubs. 0 von 7. Aktuelles Einkommen. 20 Truhen inhalt. 80 höchstens. Ich glaube, man muss die Café Theatres hier Mission machen. Das Rätsel lösen. Er liest Briefe. Das ist so eine Mission. Initiatis Thron. Hier kann ich auch hin. Schnell reisen. Das ist ja super. Kann ich die öffnen? Geht wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch? Etwa als Assassinenmontur. Cool. Können wir mal so eine Café Mission machen, dass die Einnahmen vielleicht gesteigert werden. Aber erst in der nächsten Folge. Das war es nämlich für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.